Herzlich Willkommen beim Adventskalender des HS4 Handball. Es gibt heute wieder, falls ich dieses Gerät ausbekomme, ganz hervorragende Geschenke, einen Gutstein des NH Hotels für ein Jahr kostenlos übernachten im Hotel eurer Wahl. Ihr müsst nur diesen folgenden Begriff erraten, den ich euch jetzt versuchen werde zu erklären, natürlich ohne das Wort selbst zu nennen, wie bei ruckzuck. Und es ist etwas, worunter sich liebende Küssen und dann hinter verschlossener Türe weitermachen. Viel Erfolg. Adios.